Wenn ein Bruder zehn Zentimeter Lack auf seinen Oberschenkel hat und er schrubbt und kratzt und kriegt das nicht weg, ist sein Roussel gültig? Ja. Du hast selber gesagt, der hat alles versucht, aber der kann das nicht, der schafft das nicht. Sein Gebet ist gültig, sein Boudou und Roussel ist gültig.